Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über die kritische Lage der Hotel- und Gastronomiebranche. Selbst nach Lockerung der Corona-Maßnahmen kommen für die Branche vermutlich keine besseren Zeiten, denn selbst Gastronomie-Profis sehen aktuell schwarz. So prognostiziert beispielsweise die HOGA-Präsident Schöpe einen äußerst schweren Herbst. Ebenfalls ist sich der Gastroprofi sicher, dass es die Branche im nächsten Frühjahr nicht mehr so geben wird, wie wir sie heute noch kennen. Da bleibt die große Frage, wie geht es mit der Branche nun weiter und stirbt das Hotel- und Gastronomiegewerbe nach und nach aus? Wenn ihr alle Details dazu erfahren wollt, dann bleibt unbedingt dran! Nach über zwei Jahren Dauerkrise hat die Hotel- und Gaststättenbranche scheinbar nur noch wenig Hoffnung, dass es endlich wieder aufwärts gehen könnte. Viele Unternehmer haben ihre Rücklagen für eigentlich geplante Investitionen während der Krise bereits vollständig aufgebraucht. Infolgedessen haben Dutzende Unternehmen einen massiven Schuldenberg angehäuft, den sie jetzt über Jahre abbezahlen müssen. Und trotz derzeit relativ wenigen Corona-Regeln befinden sich die Unternehmen nicht nur in völliger Planungsunsicherheit, sondern steuern inzwischen auch auf einen erneut schweren Herbst zu. Berichte dazu, die aus der Branche selbst kommen, sind absolut desaströs. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland schrieb hierzu folgendes. Zitat. Fast zwei Jahre Pandemie treiben immer mehr Gastronomiebetriebe in Deutschland in Existenznot. Die Zahl der finanzschwachen und damit insolvenzgefährdeten Gastronomieunternehmen sei von Januar 2020 bis Januar 2022 um fast ein Drittel auf 16,2 Prozent gestiegen, analysierte die Wirtschaftsauskunft Teigriff. Berücksichtigt sind dabei Restaurants, Gaststätten, Imbisse und Cafés. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Schon während der Hochphase der Corona-Krise war auch laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft das Gastgewerbe der größte Verlierer. Nicht nur, dass Hotels und Gaststätten monatelang schließen mussten, die Branche verlor allein im Jahr 2020 rund 216.000 Beschäftigte. Mitarbeiter mussten sich während den Geschäftsschließungen und Beschränkungen Jobs in anderen Branchen suchen, da keiner wusste wie lange die Maßnahmen noch gelten, und zurück kamen die wenigsten. Viele Aushilfen, die vor der Krise noch im Restaurant oder Hotel arbeiteten, mussten sich beruflich komplett umorientieren. Dementsprechend wanderten viele Mitarbeiter ab, um beispielsweise als Kassierer, im Verkehr und im Logistikbereich, in der Lebensmittelherstellung oder als Erzieher zu arbeiten. Denn in diesen Branchen verdienen sie nicht nur mehr, sondern haben auch bessere Arbeitszeiten. Experten betonen, dass sich jetzt strukturelle Probleme wie unbezahlte Überstunden, ein rauer Umgangston und eine hohe Abbruchquote unter Azubis bemerkbar machen. Infolge dieser Personalnot mussten Gaststätten beispielsweise schon ihre Öffnungszeiten einschränken, den Mittagste streichen oder das Angebot verkleinern. Man will die knappen und teuren Ressourcen und Mitarbeiter so gut einsetzen, wie es nur möglich ist. Hinzu kommt natürlich, dass es sich aktuell auch immer weniger Menschen überhaupt noch leisten können, das Gastgewerbe aufzusuchen, dazu aber gleich mehr. Daniel Ohl, der Sprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Baden-Württemberg sagte, die Abwanderung während der Krise gehört zu den größten und langfristigsten Schäden, die das Gewerbe zu verkraften hat. Noch sind Hotels in Top-Lagen, wie beispielsweise an der Ost- und Nordsee mit der aktuellen Buchungslage zufrieden, doch das könnte sich schon bald ändern. Denn sollten im Herbst tatsächlich die Corona-Zahlen wieder ansteigen und die von Karl Lauterbach prognostizierte schwere Corona-Welle kommen, könnten aufgrund neuer Maßnahmen die Gäste bald ausbleiben. Auch sind das alles nur Momentaufnahmen. So berichtete beispielsweise Dorint-Aufsichtsratschef Dirk Iserlohe im Frühjahr über eine Belegung von nur 25 Prozent, mit denen man weder die Gehälter noch die Fixkosten decken konnte. Mit der steigenden Inflation haben viele Unternehmen schon zu Beginn des Jahres heftige Verluste verzeichnet. Ein paar gute Sommermonate werden das nicht annähernd ausgleichen können. Der Westen schrieb hierzu folgendes. Zitat Nach Einschätzung von Dorint-Aufsichtsratschef Dirk Iserlohe war die Pandemie die schlimmste Krise der Hotellerie der vergangenen Jahrzehnte. Für unsere Branche ist nur noch der Krieg schlimmer, sagte er. 2022 ist ein verlorenes Jahr. Die Branche sieht er erst 2024 wieder auf dem Stand vor der Pandemie. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Dass die Branche 2024 wieder auf dem Stand vor der Pandemie sein soll, kann getrost als besonders optimistisch eingestuft werden. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Branche jemals wieder dahin kommt, wo sie vor der Corona-Krise war, ist äußerst gering. Denn ein weiterer Grund für schwere Zeiten in der Gastronomie sind auch die drastisch gestiegenen Energiepreise. Auch der Chef des Hotel- und Gaststättenverbandes in Brandenburg Olaf Schöpe befürchtet, dass Hotels schließen müssen, da sich viele Menschen weder Urlaube noch Restaurantbesuche im Zuge der steigenden Kosten überhaupt noch leisten können. Die Gastronomie hat somit an sämtlichen Fronten hart zu kämpfen, und dass sie sich davon jemals wieder komplett erholt, gilt unserer Meinung nach als nicht wahrscheinlich. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland schrieb hierzu folgendes. Zitat Die HOGA-Präsident Schöpe sagte mit Blick auf Herbst und Winter, die Gäste werden ein warmes Essen gegen eine warme Dusche tauschen. Auch die Nachfrage für Urlaubsaufenthalte werde dramatisch zurückgehen. Die Branche wird es so wie sie sich jetzt darstellt, im nächsten Frühjahr nicht mehr geben, sagte Schöpe, der selber Hotels betreibt. Auch bei Weihnachtsfeiern, die in der Gastronomie ausgerichtet werden, befürchtet er Einbrüche, das wird auch ein Drama werden. Bereits in dieser Urlaubssaison macht sich die Personalnot in der Branche stark bemerkbar, Restaurants mussten Schöpe zufolge sogar schließen. Zitat Ende Damit steckt die Gastronomie in einem regelrechten Dilemma. Einerseits sind die Ausgaben für Personal, Lebensmittel und Energie erheblich gestiegen, und auf der anderen Seite gibt es die Befürchtungen, dass Gäste wegbleiben, weil die Betriebe gezwungen sind, ihre Preise für Essen und Trinken zu erhöhen. Doch letztendlich bleibt den Gastronomen gar nichts anderes übrig, als entweder die Preise anzupassen oder direkt zu schließen. Inzwischen denken Gastronomen schon darüber nach, wie sie mit neuen Maßnahmen mehr Umsatz erzielen können. So gibt es bereits Berichte von Restaurants, die zwischenzeitlich ein Eintrittsgeld verlangten, wie beispielsweise in Nordrhein-Westfalen. Eine weitere Möglichkeit, um Kosten zu decken, sehen einige Betreiber auch in der Gedecksteuer, die üblicherweise in Italien anfällt. Da bezahlt man ein paar Euro pro Person, die die verursachten Kosten eines Restaurantbesuchs abdecken, sobald der Gast an einem Tisch Platz genommen hat. Dass eine der beiden Maßnahmen die Probleme der Gastronomie beseitigen wird, ist allerdings mehr als zweifelhaft. Und was denkt ihr? Wird die Gastronomie jemals wieder zu alter Stärke zurückfinden, oder wird es eher noch schlechter? Schreibt uns eure Meinung dazu gern in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience